Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Heute geht es um das Thema, das wir letzte Woche schon besprochen haben. Und zwar, dass die Verbraucherschutzzentrale warnt vor Eurocollect und in Kassodienst NRW. Ich habe euch ja dazu auch im letzten Beitrag schon mal eine kleine Hörprobe gegeben von den Anrufen, die man da so gruselig am Telefon erhält. Also wie die sich erstmal am Telefon melden. Und zwar in der Regel nicht mit einem Mitarbeiter und auch nicht mit einem Menschen, sondern ihr bekommt ganz einfach nichts anderes als eine Audiosprachnachricht ans Telefon durchgesendet. Das heißt, euer Telefon klingelt ganz normal, als würde da jetzt ein Mitarbeiter rangehen. Und dann hört ihr folgendes. E-Mail Sie schickt, bitte schauen Sie in Ihres E-Mail-Postfach, möglicherweise auch in Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, diese Durchzahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltkanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Also in dem Sinne bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum zeige ich euch diese Tonaufnahme noch ein weiteres Mal. In den Schnipseln habt ihr das ja auch schon gehört. Allerdings wollte ich das Ganze hier aus gegebenem Anlass nochmal ein kleines bisschen auseinandernehmen. Ja, weil es ist ziemlich gruselig, wenn euch jemand anruft und da schon so eine Art Erpressung am Telefon stattfindet. Und man, tja, weiß ich nicht. Das war ja mit Stimmenverzerrer, hat man ja ganz genau gehört. Ja, und dann wurde irgendwas ins Telefon genuschelt und meiner Meinung nach auch ziemlich unprofessionell. Soweit, so gut. Das müsste jetzt erstmal nicht unbedingt dazu führen, dass man dann auch wirklich in seinen E-Mails nachguckt, weil so ein Anruf ist, das kann nur Fake sein. Aber mal davon abgesehen, dass ihr diesen Anruf bekommt, ihr bekommt ja auch eine E-Mail. Na, und die E-Mail habe ich euch das letzte Mal ja auch gezeigt. Und dann gab es ja noch so ein kleines Hin und Her, weil ich ja beim Verbraucherschutz nur was mit 400 Euro gefunden habe. Naja, und siehe da, das ist nicht die einzigste E-Mail, die ich von dieser Firma gefunden habe. Die letzte E-Mail ging ja an den Herrn Klausthaler. Der Klausthaler, der ist gar nicht so oft hier bei uns auf dem Kanal, allerdings schon ab und zu. Das heißt, der Datensatz geht ja wirklich rum mit den Fake-Daten dazu. Nun ist es aber so, dass wir eine andere Forderung auch noch von der gleichen Firma auf den Herrn Gerold Steiner bekommen. Ja, es stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kann es sein, dass zwei unabhängige Personen, die sich gar nicht kennen, in der gleichen Adresse wohnen, angeblich das gleiche Geburtsdatum haben. Wie kann es sein, dass die beiden von der gleichen Inkasso-Firma direkt auch wirklich was zugeschickt bekommen? Das ist ziemlich unrealistisch, denn der Herr Gerold Steiner und der Herr Klausthaler, die kennen sich ja eigentlich nicht. Auch wenn sie jetzt hier in unserem Test an der gleichen Adresse wohnen. Ja, das ist ja wie beim ersten Mal schon mal nicht wahr. Weil die Adresse, die gibt es ja nicht. Dann steht jetzt hier wieder ein Gläubiger drin. Diesmal ist es allerdings Payplus GmbH. Das Schlimme ist, die Firma gibt es auch. Also so wie die andere Firma aus der letzten E-Mail. Die Firmen haben aber damit nichts zu tun. Und weiter steht eine Zahlungsaufforderung. Sehr geehrter Gerold Steiner. Es besteht gegen sie eine Forderung der Firma Payplus GmbH. Aus einem Dienstleistungsvertrag. In Klammern, credify.me. Mal davon abgesehen, dass diese Adresse mir überhaupt nichts sagt. Und ich überhaupt nicht weiß, was ich damit überhaupt jetzt anfangen soll. Naja. Weiter steht es dann. Unsere Mandantschaft wartet seit Monaten trotz wiederholter Erinnerung auf die Zahlung der vertraglich vereinbarten Gebühren. Also meines Wissens nach müsste ich dazu erstmal einen Vertrag überhaupt zugeschickt bekommen. Und eigentlich auch wissen, mit welcher Firma ich einen Vertrag habe. Aber das stimmt halt hier alles nicht. Dem Auftrag liegt ein von Ihnen online unterzeichneter Auftrag zugrunde. Also ich habe den angeblich online ausgefüllt. Das stimmt ja schon mal nicht, da ich mich mit diesem Kanal nie für Kredite oder dergleichen interessiert habe. Weil mit Kredite, da kann man halt echt viel falsch machen. Und ja, sowas, so Bankgebühren und sowas angeht, ist mir dann doch auch einfach zu hoch. Und da will ich mich gar nicht einarbeiten, weil das, ja, das ist Wahnsinn, was da so hinter steckt. Und naja, aber es ist auf jeden Fall gelogen, was da steht. Also es ist komplett erfunden. Naja. Also ich habe mich telefonisch verifiziert und vielleicht auch eine Ausweiskopie per Postident. Moment, aha, also hier steht ja gegebenenfalls drin. Also gegebenenfalls ist, glaube ich, nichts, wenn man irgendwie eine Mahnung bekommt, sondern da kann, da darf das gar nicht mehr so schwammig stehen. Also entweder die wissen, was die von euch wollen oder die wissen es nicht. Aber hier steht ja gegebenenfalls. Das heißt, die wissen ja gar nicht, ob das stimmt. Im vorliegenden Fall hat sogar bereits eine Identifizierung gemäß Paragraf 4 GWG stattgefunden. Aha. Also im vorliegenden Fall hat eine Identifizierung stattgefunden. Naja, also wenn Sie mich als Gerold Steiner identifiziert haben, naja, dann frage ich mich, wie das mit der Identifizierung überhaupt stattgefunden und funktioniert haben soll. Denn den Gerold Steiner, den gibt es ja schlichtweg nicht. Es ist eine Person, die nicht existiert. Wie kann eine Person, die nicht existiert, einen Vertrag abschließen? Also selbst wenn man sich als diese Person ausgibt, muss die Firma ja irgendwie sicherstellen, dass sie wirklich auch mit dem Vertragspartner einen Vertrag eingehen. Und vor allem, wenn es im Finanzbereich ist, mit einer Kreditkarte ja sowieso, dann müsst ihr euch mit einem Personalausweis legitimieren. Das ist ja logisch. Postident oder mit so einer App, so ein App-Ident-Verfahren, ja, dass man seine Personalausweise in die Kamera halten muss. Da muss man den mal so ein bisschen hin und her wackeln, dass sie denn da sehen, aha, das schimmert und blinkert, da sind die ganzen Wasserzeichen drauf. Das hat ja alles nie stattgefunden. Aber hier sagen sie, Identifizierung gemäß § 4 GWG hat stattgefunden. Aha, interessant. Durch ihren Zahlungsverzug bedingt wurden wir als zugelassene Rechtsdienstleister nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 RDG, also das sagt mir nicht mal was, von unserem Kunden mit dem Einzug der Forderung beauftragt und fordern sie hiermit zur sofortigen Zahlung auf. So, dann haben wir da wieder drunter so eine rote Zeile. Ratenzahlungsinformationen zur Ratenzahlung finden Sie im Anhang dieser E-Mail. Liegt gleich praktischerweise so ein Schnippel mit dabei, wo man was mit Ratenzahlung ausfüllen kann. Aha. Bezeichnung, Betrag, so was haben wir da alles drauf. Hauptforderung, Dienstleistungsvertrag, Vertrag, Schrägstrich, Rechnung, bla bla bla, eine Rechnungsnummer vom 11.10.21. 300, 57, 70. Monatsauslagen, Mandat, 20 Euro. Gut, das ist jetzt hier so eine Inkassogebühr. Und dann steht jetzt hier noch irgendwas Inkassovergütung aus, Inkassovertrag oder Auftrag. Verzugsschaden gemäß Paragraf, Paragraf 280, 286 BGB. In Anlehnung an Paragraf bla 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 bla, lauter Blödsinn. Und dann irgendeine Gebühren und dann steht da 24,50. Und Post- und Telekommunikationsauslagen, 4,90. Gesamtkosten 407,10 Euro. Gut, kann ja alles sein, dass da irgendwelche Auslagen für irgendeinen Inkasso in Kraft treten. Ja, kann alles sein. Post- und Telekommunikation. Also Post ist bei mir nichts eingegangen. Angerufen? Naja, hat mir der komische Automat. Und Tafel 4,90? So würde ich auch gerne mein Geld verdienen. Sofern Sie den ausgewiesenen Gesamtbetrag nicht innerhalb der unten genannten gesetzten Frist bezahlen, werden sich die Inkasso-Kosten nebst Auslagekosten oder Auslagenkosten auf Grundlage der 0,9 Gebühr um insgesamt 23,52 Euro erhöhen. Aha. Okay. Also auch wieder nix aussagend. 0,9 Gebühr. Klingt ja irgendwie auch abgefahren, ne? Der oben ausgewiesene Gesamtbetrag ist bis zum 19.01.2022 auf das unten angegebene Konto unter Angaben der Aktennummer bla bla zu überweisen. Naja, den Rest, den kennt man ja. Ja, also nichts als Betrug. Ich habe keinen Vertrag mit irgendeiner Firma und der Herr Gereutsteiner schon als Recht nicht. Wie die hier an die E-Mail-Adresse kommen, naja, ist klar. Irgendwo an einem Gewinnspiel teilgenommen, ein falsches Häkchen gesetzt und schon kriegt man da so ne komischen Nachrichten. Ja, aber das Schlimme ist halt, der ein oder andere könnte das Ganze hier ja tatsächlich glauben. Ich sage nicht, dass jeder diesen Scheiß hier glaubt, der hier steht. Ich sage lediglich, es kann halt sein, dass es Menschen gibt, die das glauben. Das, was ich euch hier gezeigt habe, diese Ton oder dieses Audio, das macht das Ganze eher schon wieder total unseriös. Sorgt auch dafür, dass man das erst recht nicht glaubt. Aber wenn ihr nur diese E-Mail lest, und angenommen auch jüngere Leute in der Familie, also Kinder und Jugendliche, die denken, die haben ja irgendwas angestellt und müssen die Kacke jetzt bezahlen, die überweisen das vielleicht einfach von ihrem Taschengeld, von ihrem Konto. Denn die meisten Kinder haben logischerweise ein Konto. Naja, und wir leben ja nebenbei in dem Zeitalter der Bargeldabschaffung. Irgendwann, tja, braucht jedes Krippenkind ein Konto, weil sonst geht's nicht mehr. Tja, und das sind dann die Folgen, die dadurch passieren können. Also, wenn Kinder da halt alleine mitgelassen werden, oder die sich auch einfach nicht trauen, warum auch immer, oder eben auch andere Leute aus der Familie, die müssen ja nicht nur Kinder sein. Das reicht ja auch schon, Rentner oder was weiß ich. Jeder andere normale Mensch, der schafft es halt auch, also auf sowas eventuell zu reagieren. Da überlegt man schon mal, ist das echt? Ich meine, hier bei meinem Postfach weiß ich, da kommt eh nur Scheiße rein, dafür ist das Postfach da. Aber wenn sowas auf einem privaten Postfach reinkommt, dann könnte man schon erstmal überlegen, ob das Ganze echt ist oder nicht. Und das Schlimme ist, man muss es sogar tun, denn wenn es eine ernsthafte Inkasso-Forderung ist, dann könnte es unter Umständen schon recht böse werden, wenn es dann weitergeht in gerichtlichem Anverfahren. Man kommt nicht gleich in den Knast, aber es könnte schon ziemlich teuer werden. Inkasso-Gebühren und so, naja, da lässt sich drüber streiten, ob man die zahlen muss. Grundsätzlich ist es aber so, dass man erstmal, wenn man ein Inkasso-Schreiben bekommt, erstmal darauf reagieren sollte. Naja, aber da jetzt hier die Verbraucherschutzzentrale schon darauf hindeutet, weiß man, dass es Müll ist. Aber, naja, es ist schon verhältnismäßig zu den, ja, Gagalaken, die wir sonst so am Telefon haben, ist das hier schon ziemlich gut gemacht. Da muss man echt aufpassen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleineren Infovideo wieder weiterhelfen konnte und vor allem auch ein bisschen aufklären. und niemand von euch und eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Masche gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso mehr Menschen oder umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf sowas hereinfällt. Wobei es in diesem Fall ja doch schon ein kleines bisschen besser war als sonst. Allerdings, es gibt halt, wie gesagt, eben auch einfach die Opfer. Und die wollen wir schützen. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien, wie Facebook, Instagram, Twitter und was man da sonst noch so alles rumfliegen hat. Oder einfach direkt im Chat, in WhatsApp oder wo auch immer in eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klick gerne noch auf das letzte Video, um den ersten Teil davon nicht zu verpassen. Oder direkt auf die Playlist, um dir alles andere auch noch anzuschauen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.